Herr Präsident, im Namen seiner Magisterin herzlich willkommen im Weißen Konzertsaal des Schloss Schalhoferburg. In the name of his majesty, welcome to the Royal White Council Hall of Schalhoferburg. Mit dem heutigen Konzertabend im Westen teilen wir die Berliner Residenzkonzerte unser 10-jähriges Jubiläum. Mit dem heutigen Konzertabend im Westen teilen wir die Berliner Residenzkonzerte unser 10-jähriges Jubiläum. Dieser wird folgen in Bezug auf den See, niemals wirklich gewinnen, dass dieses Success will never have been possible. So, we have you. Ladies and gentlemen, aus diesem Grund möchten wir uns mit dem heutigen Jubiläumsprogramm ganz, ganz herzlich bei Ihnen, unserem Publikum, bedanken. Demgegeben die folgenden, eine Untermischung der vergangenen 10 Jahre präsentieren, die schönsten Melodien und Komponitionen. Let's go, let's go, and we would like to dedicate this anniversary concert to you, our audience, by presenting the finest selection of the past decade-century concert. And we will start right now with the great master of the Italian Baroque. Wir erinnern Sie zugleich dem großen Meister des italienischen Marock, der eigentlich Riesse, hätte werden zuerst gut in der Musikwelt, auch als den Fretterosso bekannt. Gemeint ist es jetzt letztendlich an Podio Vivaldo. Bitte begrüßen Sie mit einem grändlichen Jubiläumsapplaus das Berliner Residenzorchester, der ist in Rock'n'Bow und aufs 2, the Berlin Residenz Orchestra. Applaus